Hallo und herzlich willkommen zu Folge 231 meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 17. Mai 2024. Das Video erscheint aber erst am Montag wie üblich. Ich glaube, das ist der 20., damit ich wieder in meinem üblichen Montagsrhythmus bin. Aber da ich jetzt nach dem Urlaub recht viel zu zeigen hatte, habe ich gedacht, kann ich schon ein paar Tage vorher aufnehmen. Dann habe ich sozusagen für die nächste Woche auch ein bisschen mehr Zeit. Und genau, dadurch wird es heute aber auch von der Auswahl der Projekte ein bisschen anders aussehen. Also eine ganze Handvoll ist nicht mitgekommen und ich erzähle dann nur von den Sachen, fast nur von den Sachen, die ich im Urlaub dabei hatte. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal zu dem, was ich anhabe. Und ich habe natürlich meinen wunderschönen Double Face Remember Kaul Loop von Nathan Taylor, dem Zockematician, an. Und wenn man das so trägt, finde ich, ist das eine schöne Art, beide Seiten sozusagen gleichzeitig zeigen, wenn man schon eine schöne Innen- und schöne Außenseite hat. Aber ich ziehe es jetzt trotzdem nochmal aus und zeige es euch nochmal genauer. Ich hatte es ja beim letzten regulären Video ungewaschen gezeigt, um, also in der Hoffnung, dass man dann einen Unterschied sieht, wenn das gute Stück gewaschen ist. Und jetzt ist es gewaschen und getrocknet. Ich habe es nicht gespannt. Das braucht man ja dabei nicht. Ich habe es einfach hingelegt zum Trocknen, habe es immer mal ein bisschen weiter bewegt, dass wieder eine neue Stelle an die Luft kam. Irgendwann habe ich es dann auf links gedreht, damit die andere Seite nach außen kommt. Und ich finde, man sieht immer noch, dass es jetzt nicht unbedingt perfekt jede Masche so groß ist wie die andere. Es wird auch, an manchen Stellen sieht es so ein bisschen aus, als hätte es so ein paar Knicke. Aber das ist nicht schlimm. Und ich finde, was Handgestricktes darf ja auch ein bisschen nach Handarbeit aussehen. Aber insgesamt finde ich trotzdem, dass es viel gleichmäßiger wirkt als vor dem Waschen. Und das ist eben das Interessante, wenn man die Wolle ins Wasser legt und der Wolle auch ein bisschen Zeit gibt, sich voll zu saugen, dass die Fasern sich dann so dran gewöhnen, wie sie jetzt gestrickt wurden und wie sie jetzt zu liegen haben. Und dass das Ganze dann hinterher einfach entspannter und ordentlicher und schöner aussieht. Ja, das ist also die Seite und auf der anderen Seite im Prinzip das Gleiche. Bei dem Schwarz, finde ich, sieht man natürlich insgesamt viel weniger, aber bei den roten Maschen kann man das eigentlich ganz schön sehen. Und ich bin auf jeden Fall super zufrieden mit dem, wie das gute Stück jetzt aussieht und wie es sich trägt. Die Wolle ist die Alpaka-Seidewolle von Hansa Farm. Das ist ein ganz, ganz tolles Garn, was sich super schön gestrickt hat, was ich super angenehm zu tragen finde. Also da bin ich absolut glücklich mit. Und dazu habe ich heute mal diesen schwarzen alten Pulli angezogen. Mein schwarzer Kurzpulli. Den habe ich einmal schon im Video angehabt, aber das ist schon richtig lange her. Und das ist eine Eigenkonstruktion von mir sozusagen, ein eigenes Design. Und zwar habe ich damals bei Wolle Rödel die Hauswolle genommen. Das ist so ein bisschen so ein rustikales Garn, was gerne so für Trachtenjacken oder sowas genommen wird. Es ist ein bisschen dicker, so Nadel 4 bis 5. Und ich habe entschieden, oder ich wollte mal probieren, wie so eine Wolle aussieht, wenn man ein Lochmuster damit strickt. Und dieses Muster, das ist eigentlich, glaube ich, ein Tischdeckenmuster gewesen. Und ich habe das dann einfach abgewandelt, beziehungsweise einfach mal mit so einer dicken Wolle gestrickt, statt mit einem dünnen Lacegarn. Und fand das ganz lustig. Und ich habe einfach sechs Quadrate gestrickt. Zwei Quadrate für jeden Ärmel. Ein Quadrat vorne, ein Quadrat hinten. Dann habe ich an den Ärmeln so ein kleines bisschen Bündchen dran gestrickt, damit es eine gerade Kante gibt. Habe vorne und hinten, habe an der unteren Kante ein bisschen ein Bündchen gestrickt. Und oben habe ich kein Bündchen gemacht, sondern ich habe einfach das Quadrat ein kleines bisschen umgeschlagen und festgenäht. Hinten habe ich nur ein kleines Stück umgenäht. Vorne habe ich ein bisschen größeres Stück umgenäht. Und durch das Muster hat sich dann so diese Welle hier vorne ergeben. Das finde ich ganz lustig. Und ja, das war also ein ganz nettes Experiment. Und seit ich das gestrickt habe, habe ich das tatsächlich jetzt schon mehrfach gesehen, dass es solche Pullis gibt, die so in einer Breite Vorderrückteilärmel gestrickt sind und dann nur so ein kleines Bündchen unten dran haben. Also das war nicht nur meine Idee. Es ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil man schlecht eine Jacke drüber ziehen kann. Aber ich finde, der Pulli ist jetzt so für diese Übergangszeit, wenn es noch nicht richtig warm ist, aber auch nicht mehr so kalt ist, ist es eigentlich eine ganz nette Sache, dass so die Hauptsache warm hält. Und dann an den Ärmeln kann man, kann ich entscheiden, ob ich was Langärmliches oder Kurzärmliches runterziehe und so. Also das ist ganz nett. Genau. Und das Schwarz und Schwarz passt natürlich gut zusammen, obwohl es eigentlich eher Anthrazit als Schwarz, aber macht nichts. Ja, und ich fand mit dem schwarz-roten Loop ist das eine schöne Kombination. Genau. Und dann kann man den Loop, kann man natürlich jetzt gestalten oder tragen, wie man will. Man kann gucken, ob man das ein bisschen schlichter tragen will mit mehr eine Farbe oder ob man mehr Blumen zeigt. Wenn man das so rumfaltet, sieht man jetzt nur die eine Seite. Ich könnte es aber auch jetzt einfach anders umschlagen. Dann sieht man nur die Seite und auch da könnte man jetzt rumspielen, wie viele Blümchen man zeigt oder auch nicht. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Teil. Und am liebsten mag ich aber nach wie vor, einfach beide Seiten zu zeigen, weil ich denke, wenn man die schon hat, dann... Und ich glaube, ich werde das wahrscheinlich auch die meiste Zeit mit vielen Blümchen tragen, was natürlich jetzt hier gerade nicht der Fall ist. Also muss man doch noch mal ein bisschen drehen. Ja, ja. Oh, das sieht gut aus. Und das Wichtigste für mich ist sowieso immer hinten im Nacken, dass es schön warm ist. Und vorne ist es da nicht ganz so wichtig. Und dann kann man jetzt noch die Kanten einschlagen, wie man will. Aber ich finde, so sieht es doch nicht schlecht aus. Ja, so viel zu dem, was ich anhabe. Dann zu meinen fertigen Projekten. Ich habe zwei fertige Projekte und zwei Sachen neu angeschlagen. Hält sich die Waage. Müsste sich eigentlich ändern. Ich muss unbedingt mal mehr fertig machen. Die Liste an Projekten steigt doch, wächst doch irgendwie so ein bisschen ins Unermessliche. Aber egal. Mein älteres fertiges Projekt ist der Geheimniswichtel. Das war, wenn ich mich nicht irre, der vierzehnte Geheimniswichtel, den Sarah Shira entworfen hat und den ich gestrickt habe, da ich bisher alle ihre Geheimniswichtel mitgestrickt habe. Und der Wichtel heißt Nimble. Die Anleitung heißt No News is Good News. Also Wichtelnachrichten sind gute Nachrichten. Und ich denke, das ist jetzt kein Geheimnis mehr und ich kann es einfach zeigen. Der letzte Hinweis kam ja am Tag vor meinem Urlaub. Aber an dem Tag war ich dann doch zu beschäftigt und habe ihn nicht fertig gekriegt. Das heißt, den Wichtel habe ich dann gestern fertig gemacht. Und das ist das einzige Projekt, was ich nicht im Urlaub gestrickt habe, was ich euch heute zeige. Und so sieht der kleine Kerl aus. Und so sieht es ein bisschen aus, als würde er so in die Weite gucken. Aber die Anleitung ist so geschrieben, dass man hier die Hand und die Mütze zusammennähen kann, als würde er da seinen Zipfel festhalten. Und der Arm ist irgendwann bei mir aus Versehen da oben gelandet. Und ich fand, das sieht so ein bisschen so aus, als gäbe es einen kräftigen Wind. Und er hält sowohl hier als auch hier seine Mütze fest. Das fand ich ganz lustig. Aber ich wollte es nicht festnähen. Also die Hand ist noch lose. Die geht nur ganz gerne mal da oben hin. Und ich habe auch das nicht festgenäht. Also ich kann ihn die Hand da hinsetzen und dann hält er seinen Zipfel fest. Aber ich kann den auch wieder nach vorne nehmen, dass er dann irgendwo anders hingreift. Ich habe aus Spaß diesen Knopf da dran genäht, weil der auch so ein bisschen so ein Regenbogenmuster hat, wie meine Hauptfarbe. Genau. Und das war ja das Spannende an diesem Wichtel, dass der eben nicht von oben nach unten oder unten nach oben gestrickt ist, sondern quer. Und durch diese Weise kriegt man bei selbststreifender Wolle nicht so große Unterschiede in den Streifen, als wenn man von einem schmaleren Umfang zu einem größeren oder umgekehrt strickt. Und ich hatte einen Rest genommen. Ich hatte da schon mal auch einen Loop gestrickt aus der Farbe und hatte dann einfach losgelegt. Und dann kamen erst diese ganzen lila-rot-orange Farben. Dann kamen die grün- und blau-farben. Und dann ging das wieder zurück in der Farbfolge. Und dann hat es sich hinten getroffen. Und ich habe diese rot-orange-lila Farben doppelt und die blau-grünen Farben nur einmal. Und theoretisch wäre das jetzt vorne gewesen an meinem Wichtel. Aber ich wollte nicht, dass der Bart so viel von dem Blau verdeckt. Und ich wollte auch nicht, dass man nur einen Teil der Farben sieht. Auf der Seite sieht man eben nur diesen Teil. Von hier sieht man nur den Teil. Und ich wollte gerne die Mitte so haben, dass man alle Farben im Prinzip sehen kann. Bei den Armen habe ich dann einmal das Ende vom Knäuel genommen und einmal das Ende vom Knäuel genommen. Und das war dann eigentlich Zufall, dass das so super passt, dass das jetzt mit rechts und links genau die gleiche Farbe hat wie der Körper. Das finde ich total lustig. Und achso, hier unten habe ich jetzt die Kontrastfarbe genommen. Da sollte man eigentlich, da könnte man die Hauptfarbe nehmen. Aber ich dachte, das sieht man sowieso nicht. Und dann wollte ich mir den bunten Rest lieber noch aufheben für entweder noch ein Wichtel oder noch was anderes. Und habe dann die Kontrastfarbe genommen. Und die Füße, da gab es jetzt auch zwei Möglichkeiten. Man konnte eben diese Füße so annähen, dass der Wichtel steht. Oder man hätte die Füße so senkrecht an den Körper annähen können. Dann hätte es so ausgesehen, als würde der Wichtel sitzen, hätte die Beine nach vorne gestreckt und man würde auf die Fußsohlen gucken. Das sieht auch total lustig aus. Mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Aber bei diesen wollte ich lieber, dass er steht. Und bei den Füßen gab es ja so ein Stück mit Kraus rechts und ein Stück mit glatt rechts. Und ich habe das jetzt so genäht, dass das glatt recht unter dem Körper ist und das Krause vorne zu sehen ist. Und ich finde, das sieht total lustig aus. Und ich bin super, super glücklich und zufrieden mit meinem Limbel und finde den ganz, ganz niedlich. Genau. Und die Krempe, das ist wieder eine Biese. Biesen gab es irgendwie letztens, ich glaube, bei der einen Zock-Madness-Socke auch. Also das ist eine ganz schlaue Art, finde ich, hier die Hutkrempe zu gestalten, ohne dass man eben neu anschlagen muss. Das ist auch wieder sehr schlau gelöst. Ach ja, und noch was. Ich hatte letztes Jahr so ein bisschen das Gefühl, dass es weniger Geheimniswichtel im Jahr gab als sonst und war schon so ein bisschen gespannt, was Sarah so treibt und was sie so im Hintergrund macht. Und jetzt ist es rausgekommen und zwar hat sie ein Buch geschrieben. Ein Buch über Wichtel. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video schon erwähnt habe, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall kann man das Buch schon vorbestellen. Es ist noch nicht erschienen. Es erscheint, glaube ich, im September. Das Buch wird gleichzeitig auf Deutsch und auf Englisch erscheinen. Das heißt, Wichtelanleitungen gibt es ja sowieso immer auf Deutsch. Also das ist schon mal für die, die nicht gerne auf Englisch lesen und stricken, eine gute Sache. Aber für alle, die nicht gerne elektronische Anleitungen kaufen, die nicht gerne übers Internet kaufen, die können sich jetzt ein Buch kaufen. Und in dem Buch gibt es, jetzt habe ich vergessen, wie viele, sechs oder acht verschiedene Wichtel. Und ich glaube, ich glaube, es sind acht und ich glaube, vier davon sind fest gestaltete, designte Wichtel. Und ich glaube, bei den anderen vier kann man mix and match die verschiedene Hüte, verschiedene Körper, verschiedene Arme, Bärte, was weiß ich alles, kann man sich, glaube ich, jeweils zusammenstellen. Also ich bin super, super gespannt drauf. Ich habe natürlich das Buch schon vorbestellt und freue mich schon total drauf, wenn es erscheint. Dann wird es noch mal wieder viele, viele neue Wichtel geben. Ja, soviel zu meinem ersten fertigen Projekt. Mein zweites fertiges Projekt ist gleichzeitig mein erster, mein erstes neues Projekt. Das sind natürlich die Sock Madness Socken aus der Runde 5. Und zwar heißt die Anleitung Bibliophiles Mark Sock. Und Bibliophile, das sind Buchliebhaber. Und Mark steht für Lesezeichen. Und das sind eben die Lesezeichen von dem Buchliebhaber Socken. Und so sehen meine aus. Ich hatte die erste Socke, lass mich kurz gucken, das hier ist die erste Socke. Ich hatte die erste Socke fertig. Hatte vielleicht die zweite schon angefangen, als in meinem Team alle Plätze voll waren. Das heißt, ich wusste, ich komme nicht weiter. Ich hatte dann aber schon die Mindestgröße gestrickt. Aber ich hatte noch nicht das Lesezeichen, was eigentlich hier noch runterhängt, gestrickt. Und deshalb habe ich die dann weggelassen. Also eigentlich sollte man hier noch in dieser Kontrastfarbe so ein Stück runterstricken, was dann wie so ein Lesezeichen runterhängt. Da sollten dann Bändelchen dran und da sollten die Perlen dran. Wie gesagt, ich war zu faul, das zu machen. Aber ich wollte trotzdem die Perlchen an der Socke haben. Und deshalb habe ich die einfach hier oben an das Lesezeichen drangenäht. Das Lesezeichen hier unten hatte ich hier noch so ein paar gestickte Maschen, damit das so ein bisschen ausläuft. Und das habe ich beim zweiten vergessen. Da hatte ich dann die Fäden schon vernäht und da hatte ich keine Lust, noch einen zweiten Faden zu nehmen. Deshalb weiß ich, dass das die erste und dass die zweite Socke ist. Diese linken Maschen, die man hier sieht, das sind nicht einfach ganze links gestrickte Runden, sondern die sind immer unterbrochen von rechten Maschen. Und da sollte man einen Text reinstricken. Es geht ja um Buchliebhaber und man konnte das Buch seines Vertrauens nehmen, was auch immer man wollte. Und ich habe mich entschieden, den Psalm 100 hier rein zu stricken. Und ich habe bei der ersten Socke habe ich die englische Version genommen und bei der zweiten Socke habe ich die deutsche Version genommen. Und da ich die deutsche Version gerne singe, habe ich also beim Stricken ständig Musik im Kopf gehabt und viel Spaß dabei gehabt. Das sind also meine Runde fünf Socken. Ich habe sie rechtzeitig in der Zeit fertig gekriegt und meine E-Mail abgeschickt, sodass ich das Bonusmuster gekriegt habe, was sehr, sehr schön ist. Auch ziemlich einfach für Sockenmärkungsverhältnisse. Aber ja, ich freue mich, dass ich das habe. Ich würde es gerne sofort anschlagen. Ich darf nur im Moment nichts Neues anschlagen. Aber ich hoffe, dass ich dieses Bonusmuster auf jeden Fall irgendwann stricken werde. Und ja, bin froh, dass ich diese Socken fertig habe. Die Runde sechs hat angefangen. Das ist auch ein sehr faszinierendes Muster mit vier verschiedenen Farben. Ich habe sie noch nicht angefangen. Ich würde sie auch gerne stricken, auch gerne bald. Ich bin am überlegen, statt vier Farben nur zwei zu nehmen und dafür eine Farbe, aber dann eine bunte Opalwolle zu nehmen und eine einfarbige Kontrastfarbe dazu. Und dann kriegt man durch die bunte Wolle dann auch nochmal optisch mehr Farben als nur zwei. Und das könnte auch sehr schön aussehen. Das sagt die Designerin selber, wenn man die Socken nicht innerhalb vom Wettbewerb strickt, ist das eine schöne Möglichkeit, damit rumzuspielen und ein bisschen weniger Stress zu haben. Also das klingt nach einer schönen Möglichkeit. Ja, dann auf zu Sachen in Arbeit. Da geht es gleich mit Socken weiter. Und auch die nächste Socke ist eine Sock-Madness-Socke. Das ist die Anleitung Three Worlds. Drei Welten, die ich reduziert habe auf zwei Welten und deshalb nur zwei verschiedene Farben. Und da habe ich den Schaft als beendet erklärt, also nicht nach Anleitung fertig gestrickt. In der Anleitung hat der Schaft 55 Runden, Musterrunden, die alle unterschiedlich sind natürlich. Und ich habe nach 35 Runden entschieden, es reicht. Man erkennt die Bäume, man erkennt die Äste, die sich im Wasser spiegeln. Meine Schwester legt keinen großen Wert auf riesig lange Schäfte und deshalb weiß ich, dass sie einverstanden ist. Dann habe ich nach dem Schaft die Ferse gestrickt. Das ist eine sehr interessant gestrickte, so ein bisschen verstärkte Fersenwand. Dann das Käppchen. Ich mache das mal kurz raus, dann kann ich das hier zeigen. Das ist das Käppchen. Und dann hat man hier unten in Verlängerung des Käppchens ein Karomuster. Und da werden die Abnahmen gemacht, die Zwickelabnahmen. Die sind also nicht seitlich am Bein, sondern unten unterm Fuß. Und diese Maschen, die jetzt in diesem Karomuster gestrickt werden, die werden alle weg abgenommen, sozusagen. Und rechts und links neben der Fersenwand, da entsteht jetzt so ein Muster, das aussieht wie Fischschuppen. Und diese Maschen bilden dann nachher die Sohle, wenn diese Maschen weg sind. Und oben auf dem Fuß, da geht es jetzt weiter mit dem Fischkopf. Das heißt, diese Socke kriegt den Fischkopf und die andere Socke kriegt den Körper. Also die Socken muss man immer richtig rum anziehen. Ansonsten hat man einen zweigeteilten Fisch. Das wird, glaube ich, nicht so schön. Und genau, das Muster, dieses Fischschuppenmuster, das ist jetzt nicht so kompliziert, weil sie es auch wiederholt und weil man keine Leatherback-Jacquard-Extra-Maschen hat. Aber hier vorne ist es jetzt so, dass im Moment fast alle Maschen blau sind. Und der Fischkopf fängt hier an. Also ich glaube, drei Maschen von dem Fischkopf habe ich schon. Der Rest ist blau. Und damit das mit dem grauen Faden funktioniert, hat man eben hier hinten diese Leatherback-Jacquard-Maschen, wo man den grauen Faden strickt. Und ja, ist immer noch relativ aufwendig. Im Moment sind es zwei verschiedene Charts, die man verfolgt. Aber es ist trotzdem einfacher, weil man eben nicht überall dieses sich nie wiederholende Muster hat, sondern nur noch hier oben und hier unten. Das ist recht überschaubar. Von daher ist es zwar noch viel Arbeit, aber es ist nicht mehr ganz so komplex. Es geht jetzt vielleicht ein bisschen schneller. Aber so oder so ist es die Mühe wert und es ist richtig dick und warm. Und ich hoffe und bin überzeugt, meine Schwester wird begeistert sein. So, die andere Socke, die ich in Arbeit habe, da habe ich sehr viel mehr dran gestrickt. Das war nämlich das deutlich einfachere Sockenprojekt. Und das ist die Bigfoot-Socke. Und die habe ich fast fertig. Ich hatte das Sockenbrett nicht mitgenommen, weil es nicht mir gehört. Wollte ich einfach nicht das Risiko eingehen, dass es kaputt geht oder verloren geht oder wie auch immer. Und habe dann an dem Fuß fröhlich einfach immer nur rechts gestrickt, bis ich dachte und gemessen habe, dass es so passen könnte. Dann habe ich die Spitze zum größten Teil gestrickt. Aber dann habe ich mich nicht getraut, weiterzumachen. Einfach aus Sorge, dass es nicht passt. Und dann wäre es mühsamer aufzuribbeln, wenn man die Spitze schon beendet. Deshalb habe ich noch die letzten Maschen draufgelassen und habe es jetzt anprobiert. Und es ist fast perfekt. Es ist ein Hauch groß, aber nicht viel. Also die letzten Runden der Spitze gehen ja hauptsächlich nur noch zusammen. Da wird ja nicht mehr wirklich viel Länge dazu gestrickt. Und deshalb denke ich, eigentlich sieht es sehr gut aus. Ich werde die Socke jetzt so beenden. Dann werde ich sie vielleicht meiner Freundin mal mitgeben, dass ihr mal reinschlupfen kann. Und wenn der jetzt nicht sagt, es ist viel zu groß, dann stricke ich die zweite Socke genauso. Ich kann aber die zweite schon mal anfangen, weil bis mindestens hier ist es auf jeden Fall okay. Und es ist ja richtig viel zu tun. Und ja, ich habe hier auf der Seite die ganzen Maschenmarker, alle 20 Runden, damit ich nicht immer so viel zählen muss. Hier ist auch noch einer, den sieht man nicht gut. Der ist sehr dunkel. Ja, aber das ist die Bigfoot Socke. Nummer eins fast fertig. Und dann kann ich mit Nummer zwei loslegen. Genau. Die Farben ist einmal die Abo-Farbe und dann ein Rest. Sechsfachwolle von Opal. Ja, so viel zu den Socken. Und dann hatte ich als zweites einfaches und kleines, gut mit rumzutragenes Projekt ja die Beinstulpe angefangen, weil ich diese neue Stricknadel ausprobieren wollte, die ich geliehen bekommen habe. Da habe ich ja aus dieser Farbe der Paradise Serie in sechsfach von Opal eine ganz schlichte, zwei rechts, zwei links Beinstulpe angefangen. Und da habe ich dann gestrickt und gestrickt und gestrickt und gestrickt und gestrickt und gestrickt und dann habe ich abgekettet. Und ich bin ganz glücklich und stolz auf mich, dass ich tatsächlich so lange durchgehalten habe und nicht aus Faulheit dann schon früher aufgehört habe. Ich habe festgestellt, diese Beinstulpe ist auch wunderbar als Armstulpe zu tragen und sie passt mir im Prinzip am ganzen Arm. Also da kann ich wunderbar jetzt arme, lange Armstulpen, nicht arme Langstulpen tragen. Und sie passen aber auch hervorragend an meinen Unterschenkel. Ich kann meinen gesamten Unterschenkel reinpacken, kann das dann noch so ein bisschen shoppen, ein bisschen so knollen oder ich kann es ein bisschen hochziehen und ich kann es sogar noch ein bisschen übers Knie ziehen, falls ich mal kalte Knie habe und bin super glücklich. Ich hatte die erste Stülpe mit Grau angefangen, habe dann mit Rot abgekettet und habe dadurch die nächste Stülpe mit Grün angefangen, habe jetzt drei unterschiedliche Kanten, was ich ganz lustig finde. Achso, und so viel habe ich schon von der zweiten Stülpe. Und bei der zweiten Stülpe habe ich jetzt gesagt, es ist eigentlich egal, mit welcher Farbe ich aufhöre. Im Prinzip will ich einfach die gleiche Länge stricken. Es sind übrigens 155 Runden. Die eine Farbe, die mir noch fehlt, ist Blau. Also sollte es genau auf Blau enden, wäre es perfekt. Wenn es jetzt nur ein, zwei Runden mehr oder weniger auf Blau endet, mache ich das vielleicht, weil bei der Länge fällt es sowieso nicht auf, ob das exakt gleich viele Runden sind. Aber wenn nicht, dann nicht. Also es ist auch nicht schlimm, wenn eine Farbe sich jetzt wiederholt, weil die Kanten sieht auch nicht wirklich irgendjemand. Von daher wäre das nur eine Spielerei für mich. Ja, aber da ist richtig viel passiert. Bin ich sehr glücklich und zufrieden. Bleibt vielleicht auch nicht die letzte Stülpe in der Art. So, dann kommt jetzt mein neues Projekt. Und zwar habe ich ein neues Kleidungsstück angefangen, was ein bisschen frech war, da ich kein Kleidungsstück fertig gekriegt habe. Aber ich habe jetzt schon so lange auf dieses Projekt gewartet. Und zwar war der Grund, dass ich das angeschlagen habe, dieses Buch. Das Buch heißt Schwedische Strickjacken für jede Jahreszeit von Maja Karlsson. Ist im Stiebner Verlag erschienen und ich habe es vom Stiebner Verlag auch bekommen, also für umsonst bekommen, um es zu benutzen und hier zu zeigen. Und das ist ein wunderschönes Buch und ich habe, wie gesagt, schon sehr darauf gewartet, das Projekt anzuschlagen. In dem Buch gibt es 20 Strickjacken, die auf die Jahreszeiten sozusagen sortiert sind. Für Sommer und Frühling gibt es jeweils vier Jacken. Für Herbst und Winter jeweils sechs Jacken, was ja auch ganz sinnvoll ist, da man da vielleicht noch mehr Jacken trägt. Das Buch ist einfach als Buch wunderschön gemacht. Also es ist relativ dick und groß, relativ schwer, aber es ist wunderschön gemacht. Also einfach das ganze Material, was benutzt ist und vor allem die Bilder in dem Buch sind einfach wunderschön gestaltet. Und es gibt nicht nur hier auf dem Cover, es gibt regelmäßig auch Bilder, wo überhaupt gar kein Strickzeug zu sehen ist. Einfach weil es schöne Bilder sind, weil es die Jahreszeit repräsentiert. Und auch die Bilder mit Strickjacken sind einfach unglaublich schön gestaltet. Das Buch ist ganz hochwertig produziert. Also das macht einfach Spaß anzugucken und durchzugucken, egal ob man die Sachen strickt oder nicht. Aber im Zweifelsfall bekommt man auf jeden Fall Lust, die ein oder andere Jacke daraus zu stricken. Ich glaube, alle Jacken sind von vorne und von hinten zu sehen, zum Teil von der Seite. Es gibt immer wieder solche Detailaufnahmen. Also das finde ich auch super, super schön gemacht. Das ist die Jacke, die ich als erstes stricken will. Es ist eine von den schlichtesten Jacken in dem Buch. Es ist eine sehr einfache Jacke. Das ist auch mit der Grund, weshalb ich sie machen möchte. Ich will sie stricken und dann hier im Laden auch zeigen können als Anfänger taugliches Projekt. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger als ein Schal, aber als Jacke ist sie doch recht einfach und man kann dies und jenes daraus lernen. Das ist einfach so ein wunderschönes Stimmungswaldbild. Das ist nochmal die Jacke, die ich stricken will. Es gibt ein paar, also es gibt einige einfarbige Jacken in dem Buch, aber die meisten Jacken sind mehrfarbig mit Einstrickmuster und die sind dann in der Regel, die sind dann immer gesteakt. Zum Teil sind sogar die einfarbigen Jacken gesteakt. Das kann man natürlich machen, wie man will. Das wäre jetzt noch eine von den einfarbigen Jacken, die sehr schlicht sind. Wenn man wirklich einfach so eine schlichte Jacke haben will, die zu allem passt oder wenn man eben auch noch so ein bisschen was Anfängerfreundlicheres haben will, dann gibt es eben viele Jacken mit mehrfarbigen Muster, die alle einfach sehr, sehr schön gemacht sind. Und wie gesagt, man sieht die Bilder, die Jacken angezogen. Man sieht sie eigentlich auch immer einmal liegend. Diese Jacke sieht sehr ähnlich aus, wie die, die ich machen will. Diese ist aber aus Moher gestrickt und meine wird aus Alpaka gestrickt, sowohl im Buch als auch von mir, wobei ich nicht das Original Garn benutze. Das hier ist eine Weste, also ohne Ärmel. Ist natürlich für die wärmere Jahreszeit auch eine schöne Sache, die gefällt mir auch sehr gut. Könnte ich mir auch vorstellen, mal zu machen. Doppelseite ohne Strickzeug. Ich finde das Buch unglaublich schön, aber ich mag eben auch Bilder von Wald und Bäumen und sowas. Eine weitere Jacke, die ganz... ne, ich zeige erst mal die. Das ist auch eine sehr schöne Jacke mit mehrfarbigen Muster. Das ist so ein bisschen so das Typische, was man so mit skandinavischen Ländern verbindet. Eine Jacke, die ganz oben auf meiner Wunschliste noch steht, auf meiner persönlichen, ist diese hier. Die hat eben kein Muster in der Passe, sondern nur unten an Vorderrückteil und an den Ärmeln. Da habe ich schon eine Wolle vor Augen, die ich gerne nehmen möchte. Ja, dann gibt es eben auch solche Jacken mit so ein bisschen schlichterem Muster, wenn man erst mal so ein bisschen sich ausprobieren will. Also es ist ein wunderschönes Buch mit sehr, sehr unterschiedlichen Jacken. Hier gibt es zum Beispiel eine mit Lochmuster. Ich glaube, es ist die einzige mit Lochmuster. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen zu stricken. Ja, also ich denke, es gibt in dem Buch tatsächlich was für jeden Geschmack und für jedes Level an Können. Und ich finde, selbst für Leute, die nicht stricken, ist es einfach ein wunderschönes Buch zum Durchgucken, zum Durchblättern, zum sich inspirieren lassen und sich vielleicht was zu wünschen von dem Stricker seines Vertrauens. Ja, so, das war jetzt das Buch. Aber jetzt zu meinem Projekt. Wie gesagt, die Jacke ist im Buch auch aus Alpaka, ich glaube, auch aus Brushed Alpaka gestrickt. Und das hat mich dann so ein bisschen auf die Idee gebracht, das Brushed Alpaka von Hansa Farm zu benutzen. Aber das von Hansa Farm ist sehr viel dünner. Und zwar fast exakt halb so dünn, weshalb ich mir dann überlegt habe, die einfach im doppelten Faden zu stricken. Also ich stricke jetzt zwei Fäden gleichzeitig. Damit komme ich fast exakt auf die Lauflänge, die im Buch ist. Und ich komme mit der Maschenprobe sehr gut hin, wenn ich die Achternadel nehme, so wie es im Buch steht. Also ich stricke jetzt mit Achternadeln den Faden doppelt. Und das ist das, was ich jetzt schon habe. Genau, das ist also, wie gesagt, ganz schlicht. Einfach nur glatt gestrickt. Die Jacke wird oben am Rückteil angefangen. Man sieht auch, dass das recht oversizeig geschnitten ist. Und wenn man dann die Armlochhöhe gestrickt hat, nimmt man hier oben rechts und links Maschen für die Vorderteile auf, strickt dann die Vorderteile runter mit ein paar Zunahmen für den V-Ausschnitt. Und wenn man dann unter dem Arm angekommen ist, nimmt man beide Teile, alle Teile zusammen und strickt einfach Vorder- und Rückteil gerade runter. Dann nimmt man aus dem Armloch Maschen auf und strickt die Ärmel oben runter. Unten an den Ärmel, unten an Vorderrückteil gibt es kleine Bündchen. Aber ansonsten geht es am Ausschnitt nichts mehr weiter. Also es gibt kein Bündchen, da muss keine Maschen rausstricken. Es gibt auch dadurch keine Knopfleiste. Das heißt, die Jacke ist verschlusslos geplant. Man kann aber natürlich mit einer Nadel das zusammenfassen oder mit so klipsen. Man kann natürlich auch eine Knopfleiste noch anstricken, wenn man will. Oder einen Schalkragen. Das ist so meine Idee für die zweite Version der Jacke. Ich überlege nämlich schon die zweite Version. Aber erstmal langsam, erstmal die erste. Die erste Version will ich möglichst genau nach Anleitung stricken, damit man sieht, wie das rauskommt, wenn man das strickt. Und wie gesagt, dass ich ein schönes Projekt für mutige Anfänger habe. Oder für Fortgeschrittene, die was schlichtes Einfaches nebenbei stricken möchten. Und was man übrigens auch toll machen kann, ist, wenn man schon den Faden doppelt nimmt, dass man zum Beispiel, wenn man zwei verschiedene Farben nimmt und wenn man dann noch die Farben abwechselt oder so, dann könnte man so einen Farbverlauf rein stricken oder bunte Streifen oder sowas. Es gibt viele Ideen. Ich das war also mein zweites neues Projekt und das, was noch in Arbeit ist. Dann jetzt noch zu den Sachen, die ihr schon kennt, die ich aber auch im Urlaub weiter gestrickt habe. Und da komme ich zu meinem anderen Projekt aus dem Brushed-Eye-Packer. Das ist ja mein Waldtuch, mein Kuschelwaldtuch. Das ist das Squiggle & Stripe von Stephen West. Da stricke ich die Wolle einfädig und ich hatte ja den Mittelteil mit den vier verschiedenen Farben vor dem Urlaub fertig gekriegt und habe dann irgendwann im Urlaub die Maschen aus dieser längeren Kante raus gestrickt und habe dann in dem Beige und dem Braun angefangen, dieses Streifenmuster zu stricken. Und ich habe jetzt auch extra das lange Seil drin gelassen. Jetzt erkennt man die Form von dem Tuch schon ganz gut. Also das wird ein Dreieck und da unten, das wird die Spitze des Dreiecks. Hier oben, das wird die obere Kante und wenn man hier die Maschen raus strickt, nachher wird dann die zweite Spitze gestrickt. Und das ist eben auch eine Spitze. Und ja, die Streifen werden hier mit verkürzten Reihen gestrickt. Das heißt, hier über diese Maschen stricke ich jetzt im Moment nicht mehr weiter drüber. Und durch die zwei Farben sieht man auch immer ganz schön, wo man umdrehen muss. Und gleichzeitig wird an dieser Seite wird alle zwei Reihen eine Masche zugenommen, sodass das Dreieck eben auch so in dieser Form bleibt. Und jetzt muss ich noch ziemlich viele weitere Reihen stricken, damit das Tuch eben die richtige Größe und die richtige Form kriegt. Und das kann man jetzt aber, oder das kann ich jetzt so relativ mindless wieder vor mich hin stricken. Nachdem die Maschen einmal rausgestrickt waren, ist das recht einfach. Das Umdrehen ist sehr offensichtlich, wo man dreht und diese eine Masche Zunahme am Anfang ist. Also an dieser Kante ist auch kein großes Problem. Und dann entsteht automatisch hier wieder dieser zweifarbige I-Cord. Der ist ganz nett. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie der I-Cord dann hier beim Abketten aussehen wird. Da lasse ich mich noch überraschen. Ja, und wenn ich das dann irgendwann fertig habe, kommt dann noch der kleine Zipfel. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, aber das macht, wie gesagt, unheimlich viel Spaß. Die Wolle strickt sich total schön und es ist super, super schön und angenehm und leicht. Das ist das eine Tuch. Und das andere Tuch, was ich während des Urlaubs gestrickt habe, ist der Mystery Knit Along von Susanna I-C. Das Blumentuch. Da habe ich nicht ganz so viel dran gestrickt, weil ich mich da eben doch deutlich mehr konzentrieren musste mit dem Lochmuster und noch dem Perlen einstricken. Das ist auch nichts so für unterwegs. Das habe ich dann doch mehr so dann im Hotel oder so gemacht und definitiv nicht im Auto. Da habe ich jetzt mehrere Wiederholungen von dem, von der Strickschrift im ersten Hinweis gestrickt. Inzwischen sind alle Hinweise raus. Ich denke, inzwischen wissen alle, wie der Anfang aussieht. Ich habe mir den zweiten Hinweis schon mal angeguckt, aber den dritten und vierten noch nicht. Da lasse ich mir selber noch so ein bisschen das Geheimnis von dem Geheimnis miteinander stricken. Und ich habe mir auch noch kein fertiges Tuch angeguckt. So sieht jetzt erst mal mein Anfang aus. Also man sieht sehr schön, dass das Muster sich wiederholt und dass das Tuch an, also auf dieser Seite ist es gerade und auf der Seite wächst es. Das heißt, das wird nachher dann so aussehen, das Dreieckstuch. Dazu ist ein asymmetrisches Dreieckstuch. Und man sieht, wenn man genau hinguckt, dass immer hier an den Stellen, an diesen Spitzen sozusagen, sitzt eine kleine Perle. Und ja, ich habe mal wieder keine Kontrastfarbe genommen. Aber ich finde es auch ganz nett, wenn die Perlen so ein bisschen unauffällig sind. Und eigentlich sind die Perlen schon etwas dunkler als die Wolle. Aber mal gucken, wie das nachher aussieht, wenn mehr Perlen nebeneinander kommen. Die Wolle ist die Luxury Lace von Wolldackel. Die ist unglaublich weich und schön und angenehm. Bei Lochmustern ist es natürlich nachher sehr spannend, die Sachen dann zu spannen. Bin sehr gespannt, wie das dann, wie sehr sich das dann vom Aussehen und von der Größe verändert. Ich werde dann auch mal abhängig davon, wie groß das fertige Strickstück dann ist. Und wie das Muster sich gestaltet. Davon hängt es dann ab, wie dolle ich das Spanne nach dem Waschen. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir da hinkommen. Ja, das sind die beiden Tücher, an denen ich gestrickt habe. Und dann habe ich ja noch mein übliches, kleines, tragbares Häkelprojekt dabei gehabt. Und ich nehme ja in jedem Urlaub solche 10 Gramm Minis mit, wie sie hier in dem Glas stehen. Und häkel dann aus jedem Mini ein kleines Quadrat. Und die sehen dann ungefähr so aus. Bunt, mit ein bisschen grün und quadratisch. Und bei den meisten Quadraten habe ich so ein bisschen was übrig. Zum Beispiel auch das. Manchmal, wie bei diesem, reichen die 10 Gramm nicht. Also hier fehlt mir noch dieses Stück, um die neuen Runden voll zu kriegen. Und dann habe ich, Moment, das habe ich noch gehäkelt. Da hatte ich auch ziemlich viel übrig. Bei diesem hatte ich auch einiges übrig. Das ist übrigens die gleiche Farbe wie mein Streifen bei den Zock-Meinness-Sorgen. Das ist ganz lustig. Genau. Und dann hatte ich, dann habe ich das Quadrat angefangen, hier. Und als ich die paar Maschen gestrickt hatte, gehäkelt hatte, waren Knoten in der Wolle. Und dann dachte ich mir, ah, der Restknäuel sieht noch so groß aus. Vielleicht reicht es sogar. Dann habe ich nochmal angefangen. Und dann hat es natürlich prompt nicht gereicht. Also für dieses Stückchen werde ich jetzt das aufribbeln und dran häkeln. Und dann ist das aber auch fertig. Und dann habe ich aber, während ich die gehäkelt habe, habe ich so vor mich hinten überlegt. Und ich habe immer schon mal überlegt, ob es nicht möglich ist, im Granny-Muster, im Granny-Square-Muster, also mit diesen Dreiergruppen, eine Spirale zu häkeln. Ich habe mal eine ganze Decke in Spiralquadraten gehäkelt. Da habe ich aber nur Stäbchen nebeneinander gehäkelt. Und da ist es dann einfacher, am Anfang, wenn man die erste Runde häkelt, das so ein bisschen zu verändern, dass man dann so um die Ecke kommt, dass es eine Spirale wird. Aber mit diesen Stäbchengruppen war mir lange Zeit nicht klar, wie man das hinkriegen kann. Und jetzt im Urlaub, wo ich ein bisschen entspannt war und Zeit hatte, mir Gedanken zu machen, da ist mir eine Idee gekommen. Und dann habe ich das mit diesem wunderschönen Mini-Kneuel ausprobiert und habe tatsächlich ein Granny-Square-Spirale gehäkelt. Das ist am Anfang, super, als ich das gehäkelt habe, war das so ein bisschen schief und schepp. Wenn man genau in die Mitte guckt, sieht man auch, dass es nicht ganz aufgeht, dass es so ein bisschen komisch aussieht. Aber dadurch habe ich es eben hingekriegt, dass ich jetzt keinen runden Anfang und Ende habe. Und ich habe jetzt hier einfach nur aufgehört, weil ich diese neuen Runden fertig habe, mit denen ich für die Decke alle Quadrate häkel. Aber ansonsten hätte ich immer weitermachen können und alle Farbverläufe und alle Streifen gehen einfach immer weiter und werden nicht irgendwo abgehackt und bilden so eine Stufe. Also bei dem sieht man das jetzt nicht so gut, aber hier zum Beispiel ist das Blau, ging bis hier und ist dann hier hochgesprungen. Und wenn man diese runden Anfang und Ende hat, dann passiert das immer mal. Entschuldige, dass ich an den Computer gestoßen bin. Und bei den Spiralen passiert es eben nicht. Und ich habe mir jetzt bei diesem Quadrat gedacht, ich versuche trotzdem, das in die Decke einzufügen. Apropos Decke, falls es jemand noch nicht kennt, das ist die Decke mit meinen ganzen grünen Quadraten. Hauptsächlich aus Miniknäueln zum Teil, aber auch aus Resten. Da werde ich jetzt natürlich ein bisschen eine Schwierigkeit kriegen, weil ich beim Zusammenhäkeln häkel ich noch mit dem Neongrün eine Runde drumherum und während ich diese Runde häkel, häkel ich dann an die anderen Quadrate dran. Und da werde ich dann so ein bisschen improvisieren müssen, wenn ich dann hier an diese Ecke komme. Aber ich denke, das wird gehen, das will ich gerne ausprobieren. Aber ich wollte auch gerne das mit der Spirale noch ein bisschen weiter verfolgen. Und dann habe ich mit diesem Miniknäuel das Ganze nochmal gemacht. Zum einen wollte ich das nochmal ausprobieren, wie ich zurechtkomme mit diesem Anfang von der Spirale. Und das war auch am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen schief, aber je größer das wird, desto weniger fällt das auf. Und hier bei diesen vielen Farbwechseln ist es auch, also nicht offensichtlicher, aber es macht einfach noch mehr Sinn, immer in der Spirale zu häkeln und dann eben so ein Farbstreifen, der an der Ecke ist, dass der dann nicht unterbrochen wird und in die nächste Runde rutscht. Und hier habe ich mir jetzt vorgenommen, werde ich große Opalknäuel nehmen, die auch mit, die bunt sind und Streifen haben und was auch immer und will da immer weiter häkeln. Zum einen ist es einfach noch entspannteres Häkeln, weil man nicht auf runden Ende und Anfang aufpassen muss, sondern einfach an jeder Ecke in der Ecke häkeln und immer weitermachen kann. Und entweder wird es dann ein großes Quadrat, was ich so halbiert als Dreieckstuch tragen kann oder ich bezeichne es als Babydecke und verschenke es oder ich mache eine ganz große Decke für mich. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht, was es werden will. Es ist auch noch kein eigenes Projekt, noch läuft es unter Maschenprobe oder Experiment. Aber sobald ich dann das große Knoll dran hänge, wird es dann ein eigenes Projekt werden und dann werde ich mir ein großes Spiral-Quadrat im Granny-Muster häkeln. So, und dann fehlt nur noch das übliche letzte Projekt, nämlich unser Knittelong, wo wir Wendemützen und Haramaki stricken. Und da habe ich jetzt an meinem Haramaki so lange weiter gestrickt, bis ich entschieden habe, dass die Länge jetzt reicht. Ich habe im Moment zwei Nadeln drin, um es anzuprobieren und habe entschieden, das ist gut so. Hier war mein eventueller Halbzeitmarker. Ich habe also nicht nochmal die ganzen, ich glaube 80 Runden gestrickt, sondern ich glaube nur noch 50. Ich glaube, das waren immer 20 und dann nochmal 10 oder so ähnlich. Und dann habe ich ein bisschen rum experimentiert, wie ich abkette, damit es schön elastisch ist und wie ich die Perlchen da reinkriege. Und ich habe mich jetzt entschieden, also ich habe den roten Faden abgeschnitten und habe jetzt entschieden, dass ich nur mit dem grauen Faden, den ich ja innen benutzt habe, ich habe ja zweifarbiges Patent gestrickt, dass ich nur mit dem grauen Faden abkette und zwar mit Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Das ist eine Möglichkeit, sehr, sehr locker abzuketten. Und ich habe das ausprobiert und die Abkettkante ist fast so elastisch wie das Patent darunter. Also das Patent darunter kann ich tatsächlich noch ein bisschen weiter ziehen. Aber es ist wirklich nicht viel. Also es ist wirklich sehr, sehr elastisch. Und ich habe nach ein bisschen hin und her auch rausgekriegt, wie ich die Perlen reinkriege, dass die genau an der Kante sitzen. Und dadurch habe ich jetzt so ein bisschen so einen grauen Abschluss. Aber das finde ich völlig okay. Und wenn ich das nachher als Loop trage, soll das dann die untere Kante sein, sodass ich es mir eventuell hoffentlich über die Schulter ziehen kann. Das ist so meine Hoffnung. Und wenn ich das als Rock trage oder als Nierenwärmer, dann ist das eben die untere Kante, sodass ich noch ein bisschen mit meinen Beinen auch Bewegungsspielraum habe. Und an der anderen Kante, was dann sozusagen oben ist, da bin ich noch am überlegen, da will ich ja irgendwie noch was dran häkeln oder so, damit ich dann eine Schnur durchziehen kann. Und die Schnur kann ich dann entweder am Hals zuziehen, dass es hier schön warm ist. Oder ich kann es mir in der Taille zuziehen, damit der Rock nicht. Na, rutschen würde er sowieso nicht. Aber damit es am Bauch eben nicht so beult. Oder auch, wenn ich mir das so als Kapuze überziehe, könnte ich mir das dann um den Kopf festziehen, dass es nicht reinzieht und nicht runterrutscht und so. Das ist also der Plan. Das heißt, vom Stricken her ist das meiste jetzt geschafft. Aber also dieses Abketten mit Perlchen dauert seine Zeit. Dann muss ich mir hier noch überlegen, was ich mache. Dann muss ich es machen. Dann muss ich noch die Schnur machen. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis es ganz fertig ist. Aber das Ende ist doch jetzt mehr absehbar als noch vorm Urlaub. Ja, jetzt habt ihr alles gesehen, was ich im Urlaub gestrickt und gehäkelt habe, plus noch ein bisschen dazu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sitzung Untertitelung des ZDF, 2020